Oooooooooooooohoohoooo Ich bin der Beleuchter. Alles klar. Was geht ja? Falls euch fragt was man mit dem Magic Mirror machen kann, was in der Kiste war, damit kann man sich zu seinen spawnpunkt zurück-teleportieren Aber.. aber man braucht einen Mana dafür oder einen einen Mana-Stern glaube ich schon haben wir gekämpft normalen kommt ich glaube ich weiß es nicht ja also falls noch nicht für ein Mann erstellen wo die Stich und er hat sein was heißt er für die Kost die Köln ist er wo es geschieht und hier als Kanzler an oder das Ziel nicht die Stolten möglich ja oder auch der Goldschirm er kommt um ja die bekommt Dominik Pass auf und das ist... Oh, noch ein Band of Regeneration. Egal, hab ich mega Regeneration. Yum, yum. Müll schmeiß ich weg. Helft mir. Verreckt doch. Ich baue erstmal den Scheiß hier ab. Fliessible Potion. Toll, jetzt hast du mir alles gegeben. Oh, schenke mal ab, so ein Spinnweben und so, nee. Kann ich dir nicht abbauen? Hä? Ne, wie, du kannst nicht abbauen. Kann ich die Goldschel nicht abbauen? Ach so, die war abgebaut. Ja, und du hast jetzt genommen. Das sah nicht so aus, weil ich ja volles Alter hab. Oh, das ist ganz schön weit runtergeflogen. In Wasser. Attacke, warte, wo ist mein Schwert? Jetzt. Ja. Ach, stirbt Tal. Ach, ist ein Herz. Jö. Das ist doch der Ereke. Jo. Aber wir müssen erst mal die Viecher gehen. Hätt ich doch mal... Nehm mal ein Bogen für mich mit, ey. Ich geb' denen ein paar Headys und so. da hast gehört ja bogen und die pfeile mitnehmen weil die müssen noch glaube ich welche drin sein okay da geht schon mal weiter aber jetzt müssen wir erst mal die fiecher killen hier schade dass du nicht deine bocken noch hast wir haben das wäre lustig egal weißt du was ich bin ok alles klar also bin ich dein vater ja nice nehmen erstmal luft ich brauch keinen luft oh guck mal die pfalle hängen okay warte ich komm rein warte ich brauche mein fein oh au 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 äh 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 da komm her warte ah ne ich komm zu dir warte komm her du bitch das aber du hast eine gar nicht hier fang kling von johann grüßen ein leichter füllen blut ja tschüss ja tschüss Neues wer bekommt das Ziel der Dominik ich hatte gerade ich habe mich gut so dass noch eine Goldkirche also ich so gut passt die Hände bekommt sie auch ab die Hälfte Schlechtes Guttmann Euer das Neue Osborn der Prüfungsverwaltung scheitert da und das ist die e aber das ist ein Thema der Schild die oder andere Mordwort wird die Jungs ein ein 8 Koppel doch vorstellbar ich habe die Gehreinheit und auch wir sind ganz so besagt d ganz viele Sachen um so das kann er mitmachen aber am Anfang haben wir uns an den Eltern nicht so viel gefunden am Anfang zu dafür hat er das ist ja auch und so Prozent im Danchen das wird dann wieder lustig wenn man da nicht in den Neuern da gibt es richtig viele Herzen und ganz viele und Deutsch-Schätze erklären wir euch über die Begründung und er bleibt da gibt es auch ein Volker ist schwer das hatte ich da mal das hat ihm das ist wie es geht und so weiter er ist auch so wie es tut und nichts macht er kriegt immer die Bestmacht mehr oder schulden die Gott ins Gesicht und er kriegt die Wertvollziehung er geht auch nicht die einfach meine Fresse fängt doch einfach her und so folgt gut zu kommen und zu erledigen okay wir auch schon sauf der Zelt und die checken jetzt auch nichts was die Komplett ist ja egal das kommt alles ne ok 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 oh man ich sterbe immer wieder der selben Stelle wem scheiß Mutterschleim was ist denn da links war mir das schon oder was ja da links ist schon beleuchtet glaube ich ja guck mal nach ganz links siehst du es ne das reicht bei mir nicht soweit ja dann hast du falsch einstellen da soll er nicht zu viel verraten hier was will ich denn das was als Maul die mit deiner Mutter flirte? ne die schreit ja da waren wir schon dumm nicht da kommen wir da leuchtet jetzt was und ganz noch weiter links jetzt sehe ich das erstmal mit ganz langsam toll jetzt sehe ich das leuchten egal gehen wir ja halt hier hin ok wartet mal auf mir nö du wolltest ja alleine tja ja genau alter Spaß wow guck mal richtig viel Eisen was hast du schon für ein Schwert hast du äh ach so ja ich kann auch mit runter warte mal ja attacke oh kurz mal ja wir sind so geil ah wir hören uns fritzen ah ah warte eric ja geh mir mal hier kacke hier jetzt komm ich hoch hier sind die Scheine hier sind die Scheine warte das ist der Bogen Junge oh yeah ok erstmal ausdrusten me helping you bauen up so sollen wir nicht erstmal hier hin oder da ist Gold ne oh ey ja macht das alles toll was du hast Spaß toll ey ey schaut mal kommt mal ganz kurz hier hoch oh fuck guck mal das leuchten jetzt die Beine oh mein das ist jetzt das Error ja da war eine Goldtroll ja ich weiß ja aber wenn da was gutes drin ist kriege ich das nee damit muss ich nicht leben alter hör auf da komm ich nicht mach das mal weg uff da ist das uff rat mal was ich gefunden hab ja war nicht sicher ja war nicht sicher uff oh ich hab nen Hook yeah ok dann kläre ich euch mal über den Cloud in the Bottle ab ok nein also da kannst du dann zweimal springen ganz einfach ja versuch mal jetzt mit deinem Furz dreimal zu springen ach ach ja stimmt hey kann man das dann nö geht nicht du musst es ausrüsten ja man kann den Furz sich ausrüsten achso ja nein nein war das nur ein Gerücht ey 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 ich bring mich mal schnell selbst und um den Henten weg er hat mir sein Furz gegeben also geschenkt er schickt er seine Furze ne 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 Und du nimmst das auch noch an, ne? Ihr seid echt krank. Gib mir mein Schafs-Wurz. Gib mir mein Schafs-Wurz. Gib mir mein Schafs-Wurz. Also das liegt grad nicht auf meine Verantwortung, ne? Schenken sich hier gegenseitig Fürz, das ist ekelhaft, ey. Silvester! Silvester! Ach ne, warte. Silvester! Silvester! Wo ist Neues? just sullafferts nochmal! Da oben geht es um an die Oberfläche ein tamboll! Hige Mal. Geh da ein bisschen an, uuuhuuhu. Du scheiß Arschloch. Wo macht das jetzt lang? Da. riesgl. ein ein dann er k bauern 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 k zwei sprühen kommt sich da hoch k vom k Prozent er kann sein dass er mit aufholen so dass so auch meint es auch Prozent er kann ich hätte noch die Welt schätzen Prozent und das wird schätzt Prozent die Klinik und 10 oder wer ist es auch zu sein da ich bin okay wer hat die Ermes Boots wer ist in die Außenseite wo auch seitlich schwul ja mal an das ist der Geizte mal Prozent was hat es auch zu sein mit Albert zu tun in der Welt der Grenzen Prozent wie es täglich oder Oh, da ist er! Ah! Ah, ich bin tot! Affa! Was vorhin? Scheiße! Okay. Ah! Dein Stern! Geil! Ah, Dominik! Dominik! Aua! Du lässt mich den Sternen gelassen! Das ist so viel! Leer da erstmal dein Inventar, du Spaten! Spaten? Spaten! Das ist Dimashio! Das war jetzt knapp! Ich wäre beinahe gestorben! Geh, stopp! Oh, Manu! Ich muss jetzt alles wegwerfen! Ich will eine Erklärung! Tai, hast du Gold dabei? Da! Ich werde einfach noch mal die Bottles geben! Okay, äh, hast du mir mal einen Iron Chained, bitte! Ja, mach halt selber! Nicht, weil ich es nicht gehe! Wir brauchen aber nur Eisen! Nur Eisen? Ja, ich habe hier gerade jemand gefunden! Nitzel! Das ist, äh, ungelogen, der wertvollste Rohstoff im ganzen Spiel! Ich dachte mir Rupi! Auf! Ich gebe ja ein bisschen mehr! Ich liebe es. Karten! Wir brauchen es keinem!